So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich habe ich am Sonntagabend nach dem Go-Fest, als ich zu Hause ankam, zwei Go-Fest-Videos noch aufgenommen. Eins sollte Montag, eins Dienstag kommen. Eins ist am Montag gekommen, aber das Dienstagsvideo verschiebe ich jetzt einfach nochmal. Denn es ist der Hyper-Bonus angekündigt, zumindest Teil 1. Und das ist ja jedes Jahr so, nach dem Go-Fest gibt es immer einen dreiteiligen Hyper-Bonus. Manchmal waren das halt drei verschiedene Raid-Days mit Ark-Dos, Zap-Dos, Lava-Dos. Das waren zum Beispiel die ersten Hyper-Boni oder speziellen Sachen, die wir damals freischalten konnten. Dann war das bestimmte Events, wo man auch mit einem Hyper-Bonus das Event nochmal vergrößert, verbessert, verlängert, noch mehr Inhalt und alles. Und jetzt stand der dreimal Ultra-Unlock da. Eins davon wird ein Mega-Raid-Day sein, wahrscheinlich Locario. Ob das wirklich ist, warten wir auf die offiziellen News. Das zweite hier, Shiny-Togede-Maru wird, glaube ich, veröffentlicht im Teil 2. Wir sind aber erstmal bei Teil 1, weil da gibt es diese News jetzt dazu. Zwiebs trommelt für den Hyper-Bonus. Zusammen sind wir stark. Seine Freunde zusammen. Wir haben hier also Wulpix drauf. Wir haben hier Felino drauf. Wir haben Mauzi drauf, gleich dreimal. Und in der Mitte diese zwei Mäuschen. Die kenne ich ja eigentlich nicht. Die habe ich einmal im Spiel gesehen und ich hätte den Namen jetzt auch nicht gekannt. Ist süß, okay. Können die was? Nee, nicht. Keine Ahnung. Ist aber neu. Nimmt man auf jeden Fall mit. Ist das jetzt erstmal Ultra? Ist das Hyper? Ist das richtig krass? Also von den Pokémon, die ich hier sehe, bin ich jetzt erstmal nicht beeindruckt. Aber bin ich ja sowieso nicht. Was ist das jetzt aber? Hyper-Bonus. Zusammen sind wir stark. Mittwoch, 17. Juli. Am 16. Juli, am Dienstag, habe ich Geburtstag. Da seht ihr dieses Video. Und am Mittwoch, einen Tag später, fängt das Ding an bis Montag, den 22. Juli. Pokémon-Debüts. Zwiebs, das Paar-Pokémon. Und Famiebs, das Familien-Pokémon, geben ihr Debüt in Pokémon Go. Mit 50 Bonbons kann man entwickeln. Ab dem Event könnt ihr Zwiebs mit etwas Glück auch als Belohnung für abgeschlossene Team-Play-Aufgaben begegnen. Event-Boni. Vierfache Fang-EP. Das klingt auf jeden Fall stark. Gab es schon mal vierfache Fang-EP? Wenn ihr Glücksei habt, ist es dann achtfach oder wie? Doppelte Fang-Bonbons. Und der Freundschafts-Level steigt schneller, wenn ihr Geschenke öffnet, Pokémon tauscht, Raid-Kämpfe, Arena-Kämpfe, Trainer-Kämpfe bestreitet. Das ist in letzter Zeit ziemlich oft gewesen. Da gab es immer Probleme, weil da standen wir da noch zwei Tage bis zum besten Freund. Die Leute machen das Geschenk auf. Bester Freund ist da und der Freund löscht euch und sagt, du Sau, hast mir die Punkte geklaut. Weil der nicht wusste, ist Event, du wusstest nicht, ist Event, ist Boni. Deswegen will ich sagen das, aber das merkt sich ja keiner, weil immer so viel los ist. Ist natürlich schön, wenn man schnell leveln möchte, aber macht halt auch viel kaputt. Vierfache Fang-EP, gut, wenn ihr also noch ein paar EPs machen wollt, dann kombiniert halt mit den Freundschaftsaufstiegen passt das. Wilde Pokémon, haben wir hier eine ganze Horde aufgelistet, aber die sind ja fast alle sowieso doppelt. Wulpix und Alola-Wulpix, Dikta, Alola-Dikta, Mauzi, Alola-Mauzi und Gala-Mauzi, Owei, Felino, Paldea-Felino, Zickzacks und Gala-Zickzacks, Vadribje, Bittorra und mit etwas Glück auch Alola-Kokowai, Magneton und Klick. Hm, was würde mich denn davon jetzt interessieren? Also, die Wulpixens, die rennen ja in der GBL bisschen rum, habe ich gehört. Dann, ähm, Zickzacks, Gala-Zickzacks, auch GBL relevant wahrscheinlich, Bittorra, GBL relevant, Vadribje. Weibliche können sich entwickeln, männliche nicht. Müsst ihr gucken, wenn ihr da noch kein weibliches Shiny habt, was ihr denn entwickeln könnt, habt ihr hier vielleicht die Gelegenheit. Alola-Kokowai finde ich zum Beispiel sehr lustiges Pokémon, sehr cool. Hat auch recht gute WP, hat man damals immer als Pflanzenangreifer auch genommen. Und das ist auch, glaube ich, eins, was Shiny boosted ist, so wie Onyx. Ist auf jeden Fall toll, Magneton finde ich gut, weil das auch ein guter Elektroangreifer ist und das gleich eine Entwicklung ist. Und du gleich noch ein paar Bonbons machen kannst und so weiter. Klick. Ist ein Pokémon, was es ja früher nur im Raid gab oder mal in Eiern, ist in der Wildnis eigentlich, glaube ich, noch nie gespawnt. Vielleicht mal aus Rauch oder bei irgendwelchen Go-Face-Habitaten. Da ein goldenes Zahnrad mitzunehmen, wäre hier also auch eine gute Möglichkeit. Auch wenn es natürlich selten da ist. Ansonsten ist es aber kein starkes Pokémon. Mein Highlight gerade wäre wahrscheinlich Magneton, Bonbons und Alola Kogowai, vielleicht eine Shiny, weil es so schön gelb aussieht. Raid-Kämpfe, da kommt ja jetzt noch was anderes hinzu. In Raids der Stufe 1 erscheinen Hisui Fukano, Alola Slimer, Icognito B und Icognito T, mit etwas Glück, auch schillerndem Exemplar. Gab es bisher schon B und T, schillernd? Ich glaube ja. Alola Slimer und Fukano. Haut mich jetzt auch nicht um. So, fertig. Raid-Kämpfe der Stufe 3. Hisui Tornupto, Admurai, Silvaro. Alle drei hatten einen eigenen Raid-Day mit erhöhter Shiny-Rade, mit allem drum und dran. Ansonsten weiß ich nicht. Höre ich nicht oft von denen, sehe ich nicht viel von denen. Wer noch Shiny braucht, vielleicht. Wer die Pokémon an sich cool findet oder sich ein 100er gönnen möchte, ja. Ansonsten Raids, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt nicht raiden. Wer Icognito Suchti ist, dem die Buchstaben noch fehlen, der nimmt da was mit. Wer alle Icognito Shiny haben möchte, der raidet sich bekloppt. Ich bin ja mittlerweile Free-to-Play unterwegs, deswegen werde ich halt da wohl nichts machen. Einfach den aktuellen Fünfer, weil man da die besten Boni rauszieht mit Sonderbonbons und dem Rest. Das würde mir dann reichen. Belohnungen für Feldforschungen auch hier. Feldforschungen mit Begegnungen. Fleckmon, Galafleckmon, Voltobal, Hisui-Voltobal. Der ist noch cool als Shiny. Ist auch relativ selten bis jetzt. Das haben, glaube ich, auch noch nicht so viele Leute. Smogon, Vadribie, Flampion, Galaflampion. Beide gut. Flampion eigentlich richtig nice. Sehr cooles Feuer-Pokémon. Galaflampion als Eisangreifer auch stark. Also die können was. Gelatini. Haja. Capuno. Richtig genial. Nimmt man gerne mit. Auch das Shiny sieht toll aus. Zwiebs. So. Kostenlose, befristete Forschung. Eine befristete Forschung läuft. Am Ende gibt es EP, Staub sowie Zwiebs und andere Event-Pokémon. Was es nicht gibt, ist wohl ein Ticket. Und das ist cool. Wäre sowieso, dadurch, dass du so viele Aufgaben im Go-Fest gemeinsam weltweit gemacht hast, schaltet sich ein Event frei, für das ihr aber ein Ticket kaufen müsst, damit ihr dort das volle Event nutzen könnt. Klingt komisch. Deswegen ist da kein Ticket drin. Heißt für mich aber, ich kann es wieder gemütlich angehen. Habe eh momentan Stress. PC ist immer noch im Arsch. Ich bin froh, dass jetzt gerade diese Aufnahme hoffentlich klappt. Dann, ich kann denn erst in drei Wochen oder so mit dem anderen mal was arbeiten oder was tun. Also nur eine normale Forschung, die sowieso jeder hat. Brauche ich dann kein Video drüber zu machen. Hat ja jeder. Neue Avatar-Artikel. Haben wir hier ein Zwiebs-Hoodie und Zwiebs-Schlappen. Mäuseöhrchen, Bällchen, Mäuseschüchen. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Also ist ein schickes Bild. Werden bestimmt viele Frauen sich so einkleiden. Keine Hose an, dann passt das. Sieht auf jeden Fall stark aus. Pokémon Webstore braucht man nicht. Und ja, also Zwiebs neu da. Alles steht im Zeichen der Maus. Kleidet euch als Maus. Seid eine Maus. Esst den Käse und geht raus. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis er den Peace Out vorhaut. Euer Ramses. Was sind eure Ziele im Event? Auf was werdet ihr euch fokussieren? Was möchtet ihr jagen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ciao.